Ich gehe wieder auf die Botlane, ihr seid hier zu zweit, und auf der Botlane bei einem Hammer. Tut. Knapp. Na, die Anna ist leider auch nicht gut. Wow, einen Hill kriege ich. Und, ja, alles zerschnitten. Ich komme nach oben. Unten ist alles tot. Das Butcher baue ich. Ich glaube, der ist im... ...oder auch nicht. Jetzt gehe ich ein bisschen kaputt machen. Ja, ich brauche noch mal Mana, und dann kann ich da alles töten. Einmal rein! Schon zerschnitten. Ich muss weg wegen Ming-Kombo. Ach, wir haben noch einen Healer hier. Normalerweise. So. Ich gehe auf die Botlane. Mach das. Was? Hm, Butcher. Und... Ich gebe dir nicht mal jemandem die Krone. Du wirst wissen, wie doof ist denn die auch, ey? Gibt keine Krone in dem Spiel. Weißt du, warum das nicht? Die kann die Krone nicht mir geben. Dann brauchst du aber niemand anderen geben. Nur den wahren Königin. Benji-Königin. Ich bin kein Mann. Ich guck mal. Ich bin nicht mehr ein. Wir sind nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Auf der Toplane ist Valera, aber das habt ihr ja schon gesehen, okay. Ich hab kein Mana, ich muss zurück. Erstes Mal, das habe ich kein Mana. Das war auch gerade mein Problem, nach drei Kämpfen war irgendwie das Mana alle. Ich hoffe, Ana ist nicht so dumm und lässt sich von Valera abfahren. Oh Mirky, du bist so dumm, echt. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herz. Ohne Sie werde ich jetzt bestimmt Zahnfutter. Ich bin hier. Zwie mal Botlane. Ich kämpfe weiter. Aber wir haben einen ganz dicken Push auf der Botlane. Ich hoffe das werden die jetzt realisieren und kommen. Ich gebe dir mal ich gebe uns mal ein bisschen Push Power Goliath unterwegs Kommt wahrscheinlich alle nach oben Ich hab's alle weglaufen und sehen also ich weiß nicht wo sie sind, ich sehe nur mich. Dann gehe ich weg Jetzt gehe ich weg ganz weit Hey, da sind sie alle Ich komme hoch zu euch Mh Mh Ja, pass auf, weil er leere ist Oh ja, ich weiß So schlimm ist das nicht Oh, die falsche Ult, bitte nicht Anna Die Anna ist so schlecht beim Ziel Okay, Hammer steht hinten im Push, aufpassen Jetzt nicht mehr Hämmer hat aufgehört im Push zu stehen Hämmer hat aufgehört im Push zu stehen Bist du sicher? Vielleicht liegt er noch da Mh Mach mal die Minions mit, das geht Du bist einfach am schnellsten hier Ich brauche hier eine halbe Stunde mit Gamzee Furchtest doch gut mit deinem Schwert rum, vielleicht funktioniert das Ja, aber nicht mit den 60 Krabbel Schaden da Ja, aber nicht mit den 60 Krabbel Schaden da Valera ist auf der Botlane Das dauert halt immer lange Ich weiß auch nicht warum der so wenig Schaden macht als Bingens Nicht pushen, wir müssen zurück Die sind auf der Botlane Wenn du jetzt pushst und wir gehen weg, dann bist du gleich Gekillt Oh, ich bin jetzt tot Hinter dir, hinter dir, hinter dir Ich sehe es, schlau Das war total Scheiße, wir hätten sofort mit 5 Mann auf die Botlane Gehen müssen, als wir das hier oben safe hatten Gegen Butcher splitten ist halt echt tot Ich brauche mal Wischen, ich sehe nicht, wer da alles im Busch steht Da steht was im Busch Ich hole ihn mal Beziehungsweise ich lasse halt ihn fest Naja, keine Schocks die anderen Bravo Steckt man die Deutsch nicht auf die Kohle Ich glaube ich Valera? Na, ich bin tot Ich hab Nach Dings hab ich halt Valera Stun gehabt Aber Murky ist auch wieder so'n scheiß Murky Das ist immer das, was ich nicht verstehe Ist Pushen und pushen und pushen Und sehen nicht mal, dass ich hinterm Arsch die Spots wegholen kann Oh Knapp Ich komm aber jetzt hoch, dann können wir sie killen Knapp Der Lehrer ist auf dem Spot mit Dings zusammen Jupp War klar, dass er kommt Und ich renne immer zurück zur Base Er hat fast kein Leben mehr Sack Oh, Attacken die war low, ich hab schon fast low gehauen Fast tot gehauen Guck mal wer kommt Guck mal wer kommt Guck mal ich halte dich jetzt Das reicht's aber irgendwann mal Ich muss runter Ich mach mir Damage Ja, muss sterfen Was constellation Gerade Die Beber W pref ab Weitere du guer krisch van 八 land Die Die Eine nicht ab H Nach Du Gell Du Mein bestester Hammer ist tot. Du stirbst bestimmt an meinem Gift. Ne, an Ananas-Gift. Jetzt müssen wir da alle auf die Top-Lang kommen gleich. Wir müssen wieder grob ab. Der Versuch war gut. Lacker. Ich hatte ihn schon mit meiner Ulti. Entfuckt. Immerhin kommt jetzt kein Unsichtbarer vorbei und nervt mich. Was? Ja, oben gleich wieder Konter pushen. Dann haben wir gleich den Drucker auf der Lane. Das ist perfekt. Ich töte sie jetzt. Wirklich, ist ein Vollidiot in der AFK. Von denen? Ne, unserer. Hat ein paar Spielverlässer. Jetzt ist er aber da. Naja, das ist nicht gerade der Wichtigste. Da kommt was. Wow. So viel Damage. Merkir rennt schon zum Punkt. Ja, aber okay geht. Ich brauche Mana und Leben und alles. Ne, eigentlich nur Leben. Oh, ich geh mal lieber. Ich hab kein Leben mehr. Oh, ich werd gekillt. Ich werd gekillt. Ja, ich kann nix tun. Ich hab selber kein Leben. Ja, wenn sie mich angehen, kannst du attacken. Oh, vier Leute. Aufpassen, aufpassen. Nein, nein. Tracer tue es nicht. Oh, sie ist fast in die Ult-Kombo reingelaufen. Schade. Merkir macht unten. Merkir soll aufhören zu pushen. Wir haben unten verloren. Wenn der Lehrer ihn killt, geht Butcher auf den Punkt. Der Butcher ist schon auf den Punkt. War der denn sein Ei? Kann es am Anfang. Da, wo es sein soll. Lucky hat geschrieben, er kann alleine den Spot nicht halten. Ich lache mich tot, ey. Die einzigste Klasse im Spiel, die Butcher so lohnen kann. Ohne Probleme. Er sagt, er kann den Spot nicht halten. Tja, da habe ich wohl mehr Damage gemacht. Lade aber auch daran, weil Anna ihn an Heal'n gehielt hat. Äh, gehindert an Heal'n. Total gut. Oh, ist tot. Das nächste ist Hammerchen-Run. Den überrenne ich jetzt. Ach, guck mal, hier ist ein Punkt. Warum nimmt den denn keiner? Ja. Ja, oben den roten Punkt nimmt auch keiner. Ich geh mal Hammer kill. Ich finde, ihr sollst dich in den Busch stellen, wenn du das machst. Genji geht nicht jagen. Genji tut es. Sechs Zecklinge. Oh mein Gott. Attacken. Wuh. Ich schlapp die hier durch die Gegend. Danke für deine sehr selbstlose Tat. Ich hätte das alleine nie geschafft. Ich bleib mal stehen. Das ist gut. Immer mich machen lassen. Dann ist alles gut. Sieht nach oben aus. Okay. Der Core droppt auch schon. So gut. Ich geh mal runter zum Core, weil... Oh ne. Okay. Alle weg. Lass mal zurückgehen, weil du bist jetzt im Solo. Ja, ich mach hier noch ein bisschen XP. Komm, das ist ein bisschen risky. Wir können ja schnell das Camp noch nehmen. Ich wusste erst, dass du hier bist. Ja, das ging leider nicht gut. Einer wollte ja unbedingt, dass ich engage. Aber das Problem war einfach, da war halt nicht nur Valera. Da waren drei. Ich bin einmal gestorben. So ein Mist. Ja, ich mach Murky vielleicht, macht es ja. Murky kann das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Ja, dann ist er wirklich im Vollspaß, wenn er keinen Camp machen kann. Nein, macht er einen Endboss. Nein, macht er nicht. Ich mach das schon. Ich brauche ihn nicht. Ja, der rennt halt immer auf der Karte rum und ist halt sinnlos. Und seine Eier stehen auch vor allen Dingen völlig falsch. Was macht das Eilene in der Base? Na ja, geht es immer nicht kaputt. ... ... Ihr dürft euch gern einen Punkt holen. Schnapp mir den oben, wenn er so... Valera ist bei mir. Mein Sprecher hat ein Bug. Der spricht die ganze Zeit von den Zwergzwerks, die nicht da sind. Lassen Sie mich nicht mit dem Zwerg zurück. Welche Zwerg? Es gibt keine. Wo muss das? Nur noch der Hammerus ist da. Ja guck mal, der kann da oben schon gar nicht mehr definieren. So viele Viecher sind... Siehst du, das ist, wenn ich spät zu spiele. Dann ist immer alles blau. Wenn ich es nicht mache, dann bin ich es nicht. Es ist nichts blau. Hanna steht immerhin in Position, das ist gut. Hanna steht immerhin in Position, das ist gut. Ich habe keine Ahnung, was die Anna gemacht hat, aber... Ist mir auch egal, wenn ich gewonnen habe. Warum? Achso. Wen spiele ich denn jetzt? Ich kann mal wieder einen Tank spielen, aber was würde ich denn als Tank tun? Welchen würde ich dafür spielen? Überlegen wir mal. Ich könnte ja ein spätes Spiel, aber spätes habe ich keinen Bock mehr. Vielleicht könnte ich spielen. Irgendeinen guten Healer. Aber welchen? Oh, das ist langweilig. Was machen wir denn? DDs? Swallow habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Nervt mich, hier wieder mich reinlesen zu müssen. Nervt mich, hier wieder mich reinlesen zu müssen. Boah, auf die alle habe ich überhaupt keinen Bock. Also die ich auf Level 10 machen muss, auf die habe ich sowas von keine Lust. Das ist eine Menge. Was musst du denn auf 10 machen? Nah zu alles. Junkrat, Atanis, Paladin, Guldan, Probius, Rayna, Lunara, Jaina, Serratul, ETC, Muradin. So viel. Also bestimmt 25 Helden. Alle anderen, die ich gut finde, habe ich schon auf 10 gemacht. Mindestens 10. Ja, aber du hast doch noch so Sachen, die total easy zu leveln sind. Ja, aber die machen mir keinen Spaß, vom Spielstil her. Echt? Keine Jaina? Keine Lunara? Nein, Jaina ist voll langweilig. Lunara? Ach Gott, nein. Samura eventuell, aber nö. Sie könnte ich spielen, weil es ist nervig. Ihn könnte ich spielen. Da hätte ich auch Lust drauf, aber der bringt nichts. Sie, nein. Ihn, hm, nö. 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 Hab ich nicht. Nö. Sie könnte ich spielen. Dieses Reich braucht mich. Ja, wobei. Ach, ich mach das einfach so, ich geh jetzt offline. Ich hab keine Lust, ich hab grad keine Ahnung, wen ich spielen soll. Dann mach das. Dann mach das. Dann mach das. Dann mach das. Puh.